Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sandra wieder mal. Heute mit dem schnellsten Porridge der Welt. Und zwar glutenfrei, laktosefrei. Ihr könnt einfach euch Obst eurer Wahl aussuchen. Schneidet das klein. Ich habe in diesem Falle hier Orangen genommen, filetiert, also die Haut ab. Hab dann Wasser genommen. Ihr könnt das Wasser natürlich auch gerne aus dem Wasserkocher nehmen. Ich habe es jetzt in den Topf erhitzt. Dann kommt das Wasser auf das Obst drauf. In diesem Falle die Orangen. Dann könnt ihr zarte Haferflocken euch abfüllen. In der Regel zwischen 30 und 50 Gramm. Je nachdem wie viel ihr gerne mögt. Dann wird das in die Schale mit dem Obst und dem warmen Wasser gegeben. Einmal umrühren, eventuell noch ein bisschen Haferflocken nachgeben. Kurz ziehen lassen und fertig ist das Porridge. Abschmecken könnt ihr natürlich noch nach Geschmack. Mir selber reicht das so immer. Habe ich auch nicht gedacht, dass das so geht. Aber ja, super, super lecker, schnell gemacht und super gesund. Und vor allen Dingen, es macht total satt. Für alle, die in Richtung Insulinresistenz unterwegs sind, haben damit auch keinen hohen Insulinanstieg. Oder die, die ihn vermeiden mögen, bei Diabetes zum Beispiel. Ich wünsche euch was. Kommt gut in den Tag und danke fürs Zuhören. Bis dann zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Sandra.